Daniel Schneider schaute als Produktionsleiter, dass bei den Events alles rund läuft. Am Tag und in der Nacht. Auf der Artenplast-Bio lief immer etwas. Sechs Bühnen hatte es. Das sorgte für viele schöne Erinnerungen. Der prägende Moment ist immer so eine Sache. Das ist nicht der eine. Klar ist das Best of Bern sicher die Abschlussveranstaltung. Aber Khaled auf der Hauptbühne, Zürich West, oder der Stille Haas mit seinen ... Das Neunin ist dann zum Hit geworden. Das hat man monatelang im Radio gehört. Das waren sicher Momente, die einmalig waren. Dass er einen Grossteil dieser Musiker und Musikerinnen selber buchte, war nicht so geplant. Es war jemand der Auftrag zu programmieren hier in Biel. Und nach ... Ich würde sagen, so nach zwei Monaten hat man gemerkt, die verdienen gerne Geld, aber das Programm war nicht super. Nach zwei Monaten war Müller, der für die Programme bei den Events zuständig war, bei mir im Container gestanden. An der Arteplage habe ich gesagt, dass er nicht noch programmieren wollte. Wir haben noch recht viele Sachen auf der Arteplage aufbeigestellt. Und das Highlight der Programmation war dann Abschluss 4. Expo 02 ist als geschlossen erklärt. Der damalige Bieler Stadt bei Hans Stöckli hat sich ein riesiges Fest gewünscht und ist auf Daniel Schneider zugegangen. Dann hat er mich hergewunken und gesagt, hast du gesehen, was sie geplant haben? Für die Abschlussfeier. Es hat kein Geld mehr. Und der Berner Kantonalltag war jetzt nicht gerade der Beste. Und das war sie, der Best of Bern. Er hat mich dann gefragt, wie viel Geld wir brauchen. Dann hat er gesagt, eine halbe Million kostet das. Dann hat er gesagt, ich schaue für das Geld, ich schaue für das Programm. Und so ist das entstanden in Best of Bern. Und das ist dann auch ein Zuschauerrekord geworden für Expo. 80'000 Besucher und Besucherinnen haben ja an diesem Abend zu Berns aus dem ganzen Kanton gefestet. Auftreten sie unter anderem Patent Ochsner, Zuri West, Stiller Hase und Blüsch. Die Leute waren wie in einem Kessling. Sie konnten nicht weg. Sie waren extrem nah auf uns oben. Es waren einfach viele Leute nahe. Es war Wahnsinn. Es hat extrem getötet, wenn sie jubelten. Das war Wahnsinn. Daniel Schneider schaut gerne auf die Zeit zurück. Die Expo ist für mich in Biel und es war wirklich eine richtig geile Zeit. Insgesamt gab es Tetzbio 3'379 Events wie Konzerte, Theater, Orchester oder Tanzaufführungen. Deutte aber auch wieder vielholumed. Los geht's dir zollt. kin 19, 20. ihrer Zum